O.B.? Hallo? Wir haben ein kleines Problem und bräuchten eine zweite Meinung. Mobius! Wow! Schön, dich wiederzusehen! Das! Genau deswegen sind wir hier! Wow! Eine Zeitzerrung! Wie? Du hast einen Namen dafür? Ja. Du weißt, was das ist? Ja. Kannst du es abstellen? Nein. Zeitzerrungen sind in der TVA unmöglich. Klar, aber es ist doch gerade eben passiert. Ja. Ich wurde quer durch die Zeit gezerrt. Hin und her zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Hallo? Wenn es war, was ich gesehen habe, dann steht nichts zwischen dieser Welt und ihrer kompletten Zerstörung. Lässt sich nur auf eine Art rausfinden. Gute alte Detektivarbeit. Wir haben nur andere Ansätze. Du bist ein Mann der Tat, was in Ordnung ist. Ich sehe es vor, mit Intellekt und Bedacht vorzugehen. Der Kuchen ist echt gut. Es ist an uns, alle zu retten. Ist das ein Sprung? Alles gut. Egal, was wir tun. Wir spielen Gott. Wir sind Götter. Aber wie entscheidet man, wer leben darf? Und wer stirbt? Triff deine Entscheidung. Das ist er. Glaubt um euer Leben! Es kommt ein Krieg auf uns zu. Komm schon, du bist der Gott des Schabernachs. War ich schon immer, werde ich auch immer sein. Das war schon ein bisschen übertrieben, findest du nicht? Ich fand's genau richtig. Was macht's? Jn-Jobar.